Liebe Studierende der Johann Wolfgang von Goethe-Universität, ich darf Ihnen gratulieren zu Ihrer Entscheidung in Deutschlands schönster Stadt ein Studium zu beginnen oder einfach ein Studium fortzusetzen. Für manche von Ihnen beginnt jetzt das dritte digitale Semester. Ich möchte mit Ihnen eine Hoffnung teilen, die Hoffnung, dass am Ende Ihres Semesters diese Stadt, Ihre Stadt, wieder Ihr vertrautes Gesicht zeigt. Wenn hoffentlich viele von Ihnen von uns geimpft sind, wenn die Sonne, die UV-Strahlen dem Virus so richtig das Leben vermiesen und es Ihnen wieder schwerfällt, einfach nur zu studieren, weil Frankfurt sie neugierig macht. Das hat seinen Preis, dass die Studierenden im Gegenzug mit ihrer Kreativität, ihrem Wissen, ihre Neugier diese Stadt prägen. Sehr entscheidend. Frankfurt braucht sie. Auf bald, mittendrin im Herzen von Europa und Ihnen natürlich einen guten Start ins neue Semester.